Servusle, grüßt euch. Ich bin gerade am einloggen beim Junkershügel. Mir ist da eingefallen, da gab es doch noch diesen Harold. Den haben wir nie probiert mal ganz wegzumachen. Das möchte ich jetzt mal kurz probieren. Ich kam jetzt hier auf die Anfangswelden, weil ich was probiert habe. Ich habe ein neues Universum mal angelegt, spaßhalber. So, aber irgendwo war unser Harold. Der müsste eigentlich noch vor der Fahne ist er. Den machen wir jetzt mal kurz weg. Ja, ihr seht schon, passt auf. Wir vergeben heute Punkte. Ich habe tatsächlich Stufe 30 rausgefahren. Wer das Spiel kennt und regelmäßig zuschaut, weiß, das sind ein paar Minuten gewesen, bis ich das so weit erreicht habe vom letzten Stand. Da macht man halt, was ein Gamer so macht. Man schläft weniger. So, pass auf, jetzt will ich mal gucken, ob der Harold, der hatte nämlich unheimlich viel Leben, den haben wir einmal angedutscht hier mit Level 1, 2 noch. Kann man den überhaupt ganz töten? Oder ist der dann bei einem Lebenspunkt? Wir können ja um ihn herum zirkeln, gemütlich, kusteln. Alter Le, der hat ja unheimlich viel Leben. So, momentan hängt es bei mir so ein bisschen, was Farmen angeht, mit den Energiekristallen. Ich habe nicht wirklich viele Events gehabt. Meistens nur so Kill-Events und da droppen irgendwie keine Energiekristalle. Da brauche ich noch sechs Stück. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe ganz viele von denen auch schon wegschmissen, weil ich die nie für irgendwas gebraucht habe. An das Endgame habe ich gar nicht gedacht. Aber die holen wir schon irgendwie wieder rein. So, jetzt haben wir den Harold gleich. Bin mal gespannt, was dann passiert. Level 30 sind wir jetzt, also aufleveln geht nichts mehr. Ich habe auch Mats gefahren. Ich habe auch das Titanium gefahren, das wir brauchen. Oh, ich muss mal kurz hier nachdulfen. Das dauert es noch bis übermorgen. So. Ey, das sind Rezepte. Fluffis Verstand. Footballtor. Bergarbeiterhandschuhe. Ey, lass mal gucken. Guck mal hier, seht ihr das, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall gleich diesen magischen Stoff. Dafür haben wir genug Material. Ich habe Erze gefarmt. 400 Stück sind das jetzt. Ja, das machen wir weiterkommen, ne? Kohle haben wir auch. Das Zeug brauchen wir gleich für die Rüstung. Hier habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet für unseren Zauberschutz. Wir werden auf jeden Fall heute nochmal einen Boss-Try machen. Falls das heute nicht gelingt, werde ich auf jeden Fall den Bogen als erstes farmen. Jetzt pass mal auf. Footballtor. Das haben wir natürlich noch nicht. Ist klar. Bergarbeiterhandschuhe. Hatten wir auch noch nicht. Fluffis Verstand. Was ist ein Fluffis Verstand? Das könnte so ein Trank sein oder sowas. Das müsste ja aber dann recht. Wasserbombe, Minibombe, Sprengbombe, TNT. Hier Zauberschutz, ne? Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit heute zum Bosses. Was ist ein Fluffis Verstand? Relikt des Donners, haha. Ja, Fluffis Verstand, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo sich das jetzt hingeballert hat. Hier, was zeigt es denn eigentlich hier immer an? Ist das, wenn was Neues dazu kam? Ne, ne? Haben wir schon ein paar Mal probiert. Hacke, Arcana Kompass, Bergbauhandschuhe sind klar. Werkbank. Ich habe keine, was ist ein Fluffis Verstand? Hier sind mal die Handschuhe. Oh. Blockiologie. Alles klar, aber Fluffis Verstand sehen wir nicht. Doch, da ist es. Fluffis Verstand. Ist das geil, oder? Da gibt es bestimmt ein komplettes Set. Das müssen wir natürlich auch noch holen. So, alles klar. Will nicht länger rumeiern. Wir gehen mal heim. Wie gesagt, uns fehlt noch für den Bogen. Fehlen uns noch Energiekristalle. Die müssen wir noch ranholen. Jetzt bauen wir uns mal komplett die Rüstung. Dann bauen wir alles aus, was wir noch haben. Solange uns die Matts noch helfen dabei. Ich weiß nicht, ob es genug sind. Wir müssen mal gucken. Dann weiß ich zumindest nach der Folge, was noch fehlt. Ich baue jetzt hier auch nicht groß aus. Wir machen jetzt hier einfach unsere Sachen. Pass mal auf. Wir müssen... Den muss ich auch herstellen. Dann gehen wir gleich mal auf die Werkbank. Machen wir den schon mal. Den brauchen wir, glaube ich, alle, die ich hier habe. Kann ich hier mit Shift? Ne. 17 Stück. Das müsste dann reichen, wenn ich es einigermaßen richtig abmessen habe. Dann brauchen wir die Barren. Auch alle. Wenn ich genug Kohle und alles dabei... Was heißt 12? Das müssen doch mehr sein, oder? Ah ja. Der kann nicht mehr in die Queue laden wohl. Alles klar, dann lassen wir den mal bauen. Holen hier mal unsere Sachen raus. Ja, und einen Ring basteln wir uns auf jeden Fall. Und zwar... Wieder erwartend den anderen. Wo ist denn jetzt die Ringschichte? Where is the Ringschicht? War das hier unten? Hier. Ne. Wo waren jetzt die Ringe wieder drin? Ich vergesse es halt ständig. Hier. Wir haben einmal den. Den hätte ich ja gerne gehabt. Aber ich habe noch ein Rezept gefunden. Ne. Das Rezept, das ich gefunden habe, das hilft uns nicht wirklich viel. Lebens... Der da war es, oder? Ne. Dunkler Ring der Ewigkeit. Beweglichkeit. Klar, das ist ein bisschen ein Boni. Resistenz gegen Dunkelschaden. Den möchte ich gerne bauen im Amboss. Das machen wir jetzt auch. Den stellen wir uns auf jeden Fall her. Dunkler Ring der Ewigkeit. Unser erster Ring seit ich das Spiel spiele. So. Leute, haben wir schon mal den Ring. Gruschtel, den kannst du gleich anziehen. Guck mal. 100 nach oben. Resistenz gegen Dunkelschaden. 12%. Das kann nicht schaden. Ziehen wir an. Ja, der freut sich. Man sieht ihn sogar. Sieht man den auch an ihr? Ah ja, den sieht man sogar. Ist ja geil. Ist ja richtig cool. So, weiter geht's. Eigentlich würde ich hier gerne noch weitere... Titanium herstellen. 6. Ja, das könnte schon hinkommen. Oder? Wie viel haben wir denn jetzt? 16 und 6. Da müsste noch mehr sein. Habe ich nicht genug Kohle oder was? Boah, die Herze sind alle weg, Leute. Das tut so weh. Das tut so weh. Alles klar. Wie auch immer. Wir warten jetzt hier, bis die Sachen fertig sind. Schmelzofen 1. Schmelzofen 2. Dann gehen wir hoch. Da bauen wir uns mal die Wächterrüstung. Da hatte ich auch überlegt, wenn wir genug Materialien haben. Die Wächterrüstung. Die können wir ja dann nachher aufbauen. Das wollen wir auch. Bei der Wächterrüstung hat mich ein bisschen gestört. Die Geschichte hier. Regeneriert Manna, nachdem Feinde besiegt wurden. Da habe ich überlegt, ob wir uns noch andere Handschuhe dazu basteln. Wir hätten hier welche mit Ausweichchance. Und? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Nahkampfschaden interessiert uns nicht. Und dann kommen schon die Mächtigen. Also wenn wir noch genug Mats übrig haben, nach dem Aufwerten, würde ich noch die anderen Handschuhe basteln. Dass wir einfach... Ja, mit Manna habe ich jetzt noch nicht wirklich Probleme gehabt. So, jetzt gehen wir mal hoch und bauen unser Ding. Dann haben wir schon mal den Part erfüllt, Leute. Ist ein harter Weg, das Zeug zusammenzufarmen. Aber da wir sowieso kurz am Ende sind von diesem Let's Play, habe ich gedacht, komm. Gib's da mal ein bisschen zusätzliche Zeit rein. So, hier läuft hoffentlich alles. Den Wächterumhang haben wir uns schon gebaut, ne? Wächterumhang haben wir uns schon gebaut. Sehr, sehr, sehr schön. Dann fangen wir an. Einfach Wächterhose. Drei Barren weg. Kritischer Treffer Schaden 18. Ich gucke das natürlich jetzt gemütlich an, ne? Kritischer Treffer Schaden 14. Also hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, was rauszuholen. Oder hatten wir... Wo ist denn die? Ich muss sie noch rausholen. Wau-tschale, wau-tschale. Wächterhose. Natürlich haben wir auch jetzt hier mit dieser Wächterhose 175 Rüstung gehabt. Mit der alten und mit der da 200. Also da geht es schon nach oben. Wächterrüstung. So, dann haben wir das Oberteil. Bauen wir uns. Rostelbaby, jetzt wirst du ausgestattet vom Feinsten. Ich mache das jetzt immer so, weil ich sehen will. Was hat man hier? Drei Prozent Chance, Haltbarkeit wiederherzustellen. Tauschen wir gegen... ...130 Leben. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Dann bauen wir uns jetzt halt die Handschuhe, weil ich sie ja nachher auch aufwerten will. Die haben 65 Rüstung. Eigentlich... Wart mal kurz. Wir machen erstmal die Kappe. Okay, da habe ich jetzt schon keine so Dinger mehr. Die Kappe haben wir jetzt. Muss sie noch rausholen. Vergesse ich aber meistens. So. Gruschella, Baby. Kritische Trefferschance, 8 Prozent. 115 Rüstung. Gegen. 10 Prozent. 135 Rüstung. Sehr, sehr cool. Jetzt will ich natürlich die Kosmetik hier erstmal wegmachen. Dann sehen wir sie einmal. Sehr schön sieht sie aus. Ein bisschen schlicht ist das Set im Vergleich zu den anderen, aber das macht ja nichts. So. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Handschuhe. Und dafür reichen mir die Matze nicht. Tatsächlich. Magischer Vlies. Habe ich mit magischem Vlies nicht noch genug. Ich muss Katze holen. Wie viele Barren haben wir denn noch? 14. Jetzt passen wir auf. Wir machen das jetzt nach und nach. Das war mir jetzt wichtig. Jetzt holen wir noch ein bisschen Katze unten. Machen noch magischen Vlies. Also die haben wir auf jeden Fall noch. Die habe ich nämlich im Mondgebiet gleich mitgefarmt. So. Und dann schauen wir uns das alles mal in aller Ruhe an. Ich will auch mal gucken. Ist ein Event gerade offen? Ne. Blöd. Wie soll ich da in die Kugeln kommen, Alterle? So. In den Rucksack packen. Aber reicht gerade so, ne? Ah, das wollte ich auch noch schauen. Wir haben ja noch die Möglichkeit, Zauber einzusetzen. Da wollte ich jetzt als nächstes den Altar aufwerden. In der Hoffnung, ich kriege hier was Stärkeres, ne? Ansonsten würde ich sagen, wir holen uns mal die Geschichte hier ran. Aber sechs Staub habe ich mit Sicherheit nicht. Wo habe ich die Staubbeutel denn? Da. Stopp. Gute. Sonnendiamantstaub. In den Rucksack. Sonnendiamantstaub. Können wir Sonnendiamantstaub nicht herstellen? Doch normal schon, oder? Hier. Ah, da braucht man diese Sonnendiamanten. Aber ist egal. Die kann ich ja farmen. Die farmen wir dann einfach, Leute. Die brauchen wir gegen den Boss. Ich bin sicher, dass ich den nicht anders packe. So. Die alte Ausrüstung, die haue ich jetzt mal hier irgendwo kurz rein. Dass wir mal gleich ein bisschen Übersicht haben, ne? Sonst verstopfe ich wieder meinen Inventaren und blick es nicht mehr. Ich mache jetzt hier alles mal quer. Ich räume es später auf. Das brauchen wir dann. Das setzen wir noch. Dann haben wir das auch weg. Der darf wieder hier runter. Die verbauen wir gleich. Den lassen wir mal drin. Der ist übrigens sehr hilfreich, ne? Ich habe gar nicht mehr an den gedacht. Wenn ihr im Mondgebiet unterwegs seid mit dem Bergarbeiterhelm. Habe ich ja damals einen Tipp bekommen aus der Community. Dann sieht man da auch was, ne? So, Gruschi. Ah, und übrigens beim Farmen. Heute mit euch zusammen. Werden wir das erste Mal die Schnee Eule anlegen. Ich habe sie tatsächlich gefunden. Weiße Eule heißt sie. Ich habe sie tatsächlich gefunden beim Farmen. Ich war halt, wie gesagt, unterwegs nach Energiekristallkugeln suchen. Und alles mal so braucht. So, und jetzt bauen wir uns tatsächlich das erste Mal die Weiße Eule. Ich habe extra gewartet, dass wir das zusammen anschauen können. Da ist sie. Die wollte ich ja unbedingt. Jetzt haben wir sie. Ich freue mich so tierisch, dass das geklappt hat. Magic Fleece, ne? Magic Fleece war das nicht hier oben? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Ne, das war die Werkbank. Das war die Werkbank. Magischer Fleece. Stellen wir alle her. Die brauchen wir ja sowieso wahrscheinlich. Fünf Stück. Paar Rengar. Jetzt pass auf, was nehmen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall die anderen Handschuhe. Ich schaue nochmal. Vielleicht mache ich ja doch erst die anderen. Pass auf. Pass auf. Zum Aufwerten brauchen wir später die. Was haben die denn dann so tolles? Hier auch nur die 30 Mana. Haben wir Mana? Aber wenn wir mit dem Zauber arbeiten, haben wir Mana, ne? Ich nehme jetzt einfach die, die dazugehört. So, Arschling. Sorry für den Ausdruck. So, pass auf. Ja, servus, Eule. Ja, servus, le. So, Wächter. Panzerhandschuhe. Auf geht's. Jetzt haben wir so lange drauf gewartet. Jetzt ziehen wir sie auch an. Alles klar, das Set ist vollständig. Was uns jetzt noch fehlt, zum Glücklichsein, wäre dann dieser Bogen. Da fehlen uns tatsächlich die Matts noch. Die habe ich nicht. Ansonsten am Dreier, den Suna, haben wir. Was haben wir denn im Vergleich? 166 Schaden, 40 Treffer und 5 Chance. Mehrfach Chance, kritische Treffer Chance, 9%. 154 Damage gegen 166, ne? Ausweich Chance, Mechaniker. Lebensreck. Naja, ich glaube, wir sind mit unserem Bogen noch ganz gut aufgestellt, wenn ich hier gucke. Was wir jetzt bräuchten, wäre noch dieser Spell. Und, um den rauszufinden, ob es eine höhere Stufe gibt, den Altar. Den werden wir jetzt noch auf. Ich glaube, die Matts müssten wir eigentlich haben. Ne, haben wir nicht. Da fehlen uns diese Sonnendiamanten. Wo gibt es denn die? Wo gibt es die Sonnendiamanten, Leute? Die müssten doch ziemlich weit hinten kommen. Golderz Obsidian Block. Ja, also ich muss mal gucken. Ein Boss-Try machen wir auf jeden Fall, bevor ich heute auslogge. Aber, ähm, nächste Runde machen wir dann eine richtige Bossgruppe. Äh, Bossgruppe, sag ich schon, Bosskampfroher Sonnendiamant. Hier muss man hin. Also, ein Try machen wir heute. Mit der Verbesserung, die wir jetzt anhaben. Jetzt holen wir mal die Sonnendiamanten ran. Und beim nächsten Mal werde ich dann entsprechend nochmal einen kalten Boss-Try machen, falls es nicht reicht heute. Ohne, äh, da war man aber auch noch nicht wirklich viel unterwegs hier. Und werde es dann so lange halt probieren mit dem Boss, bis ich ihn packe. Und schneide da immer kräftig mit, sodass wir dann nachher einen Erfolgstry haben. Und dann möchte ich mal gerne noch zum zweiten Boss. Das würde ich eigentlich fast heute lieber machen. Dann würde ich noch mal gerne warten, ob ich vielleicht noch heute Abend was hinkriege bezüglich des anderen Bogens, ne? Aber einen Try kann man ja trotzdem machen, ne? Das schadet ja nicht. So, jetzt holen wir mal ein paar Sonnendiamanten ran, geschwind. Wie viel braucht man denn? Sechs habe ich jetzt hier. Sechs habe ich hier. Den Spell würde ich gerne basteln. Ne, den Altar sollte man erst aufwerden. Das habe ich natürlich schon wieder vergessen. Jetzt holen wir mal die Dinger hier ran. So, damit wir was sehen, hauen wir uns kurz die Kosmetik rein. Ein Bergarbeiterhelm. Zumindest sieht man ein bisschen was. Das macht schon mal was her. Die liegen hier Gott sei Dank gut rum, sehe ich gerade. Katze kann man auch gleich wieder mitnehmen. So, dann bin ich mal gespannt. Na, den Spell hätte ich aber auch noch gerne gehabt. Zumindest eine der Versionen, die es gibt, ne? Vielleicht gibt es auch gar keine zweite Version, das weiß ich ja nicht. Wir haben auf jeden Fall den Ring. Das ist schon mal richtig cool hier. Was ist denn das hier? Spirituell, das ist klar durch die Handschuhe, ne? Was kostet der Spell, wenn ich den herstelle? Sechs für Staub. Ist das dann einmalig oder bleibt der dann für immer? Sechs Staub brauchen wir auf jeden Fall dafür. Ha. Da müssen wir jetzt mal natürlich gucken. Sechs Staub. Boah, dann brauche ich ja sechzig so Dinger. Die jetzt zu farmen ist natürlich arg, auch wenn jetzt die Folge rum. Seitdem wir haben Glück und finden irgendwo hier eine große Stelle. Lass mal kurz gucken. Bevor ich hier... Ansonsten machen wir das mit dem Spell beim nächsten Mal. Beim übernächsten Mal dann mit dem Bogen. Falls ich ihn bis dahin haben soll, denn. So, hier ist nix. Hier ist nix. Ne, also Leute, da sechzig so Dinger zusammen zu ackern, ist jetzt doch ein bisschen zu viel für so eine kleine Portal Knights Folge. Da sind wir irgendwo im Visier. Boah, den habe ich auch noch nicht gebaut. Das gibt ja... Aber EP brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Boah, hat gleich zwei. Und wie ist es mit dem Damage? Ja, schon mal nicht schlecht, ne? Na gut, die sind 29, aber trotzdem. Die waren ja jetzt schon immer schnell platt, also da kann man jetzt nix sagen. Haben wir vielleicht zufällig die Matts für das unsterbliche Gold, dann könnte man die Quest fertig machen. Lass mal reingucken. Unsterbliches Gold, das müsste ja dann theoretisch da sein. Drei Gold und sechs auch so, sechs Staub. Ne, das ist es mir jetzt echt nicht wert. Alles klar. Ne, das brechen wir jetzt hier einfach mal ab, würde ich sagen. Dann lass uns mal noch eine kleine Runde machen. Schaden wir ja nicht, wenn wir ein bisschen zusammen... Das sind ja irgendwelche Lichtmonster, ne? Wer weiß, ob nicht hier irgendwas in den Tiefen floppt oder so. Ja, ja, ist gut. Geh einfach drauf, Alter, leh. So. Ah, die gehen schon recht gut da oben, da kann man nix sagen. Aber für den Boss glaube ich noch nicht, dass es uns so reicht. Den Spell brauche ich auf jeden Fall. Und dann war... Ach so, siehst du, Skillpunkte vergeben haben wir auch nicht gemacht. Pass mal auf. Wirkt auf die Kraft der magischen Angriffs jeder Intelligenz vergeben, wenn er hört den Schaden deiner Zauber. Hier sollte man vielleicht mal ein bisschen überlegen, ob man mit dem Boss was macht. Wirkt sich auf Fähigkeiten jeder. Mana? Hm, weiß ich nicht. Ich will ja eigentlich nicht mit dem Zauber als Main-Angriff. Agilität, Stärke, bla. Jetzt machen wir erstmal hier unsere Standardverteilung. Oh, da habe ich sogar zweimal nicht vergeben. Ja, ist okay. Talent. Das war doch das, was ich jetzt noch sehen wollte. Ist hier noch alles eingestellt? Ja, ne? Da gucke ich natürlich nochmal durch jetzt demnächst. Kombo-Schwinger. Gewährt 10% Chance, zweimal Schaden zu verursachen. Coole Sache. Distanzschaden in 3 Sekunden. Was ist? 3 Sekunden lang um 50% erhöht, nachdem ihr einen kritischen Treffer... Der ist gut. Nach erhaltener Heilung, Heilstung zusätzlich 10% ist am maximalen Gesundheitspunkt. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Müssen wir mal gucken, wie weit wir beim Boss durchkommen. So. Da hinten sind nochmal welche. Ein paar farme ich jetzt noch ab. Dann gehen wir kurz zurück. Kriegen wir nicht kurz 60 so Dinger gefarmt hier. Ich könnte natürlich hier einfach mal die Erde aufbohren. Bisschen knackiger mit dem Ding hier. Ja, guck mal, da kommen doch schon ein paar. 60 Stück brauchen wir gar nicht. Wir haben doch schon zwei Säcke, ne? Guck mal, zwei Säcke haben wir. Das machen wir jetzt noch geschwind fertig. Dann können wir zumindest das Ding aufwerten. Dann weiß ich, ob es einen zweiten Spell gibt oder nicht. Das machen wir jetzt noch kurz. Komm, das sind ja nur noch 20 Stück. Komm, mach das weg. Kustel. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir haben doch keine Zeit. Natürlich haben wir Zeit. Wenn wir nichts haben, ne? Noch vier Folgen folgen auf jeden Fall noch, denke ich mal. Also die Woche machen wir auf jeden Fall die Folgen von Portal Knights zu Ende. Da haben wir noch genug Content. Und dann wäre es jetzt eher ein Punkt, wo wir sagen würden, muss man viel farmen, die neue Rüstung nachher für den Elektrowurm und so. Ich werde natürlich am Spiel dranbleiben. Natürlich nicht so zeitintensiv wie während des Let's Plays. Aber dranbleibe ich auf jeden Fall. Das heißt, ich werde irgendwann über die Zeit, wo jetzt Lego läuft, auch mal eine Folge bringen, wie ich den Elektro-Boss mache. Das sind jetzt halt dann nur einmal alle zwei Wochen eine Folge oder so. Ist jetzt auch egal, ob es das als Format gibt oder nicht. Ich habe einfach Bock da drauf. Und warum sollte ich das dann nicht hier dranhängen? Es gibt ja welche, die haben sich dafür sehr interessiert, was mir auch super gefallen hat. Und dann schauen wir mal, wenn es released wird, was noch so dazu kommt. Wenn es natürlich ein Patch gibt, mache ich auch eine kleine Patch-Folge. Ist ein Game, das mir auf jeden Fall auf der Liste bleibt. So, gibt es hier noch irgendwo Sonnenkristalle, Männer? Irgendwo einer, zwei, da unten ist noch einer. Die sehen so ein bisschen, kann man die leicht übersehen hier in dem Gebiet, das sehe ich gerade. Vor allem jetzt, wo das Tageslicht so gelb-grün schimmert. Wie viel fehlen uns noch? Ja, noch elf Stück, das schaffen wir. Das schaffen wir. Jetzt machen wir hinten noch den Lighty da weg. Haben wir hier eigentlich die Welt durchsucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Und er hat ja nochmal Katze dabei gehabt, der Junge. Ich meine, drin war mal, da haben wir die Quest gekriegt, ne? Das wollte ich nicht so. Ein bisschen Kohle kann man auch mitnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir die Kristallkugeln herkriegen. Sechs Stücke. Da, guck mal. Bin ich drüber gelaufen sogar. Komm, unten drunter noch einer. Komm. Schade. Schade. Ich sehe die aber auch wirklich ganz schlecht nur gerade. Katze, Katze. Haben wir sau viel ausgegeben. Ist das hier was? Nee. Kommt schon. Kommt schon. Energie. Nee. Ja, du, du bist wichtig. Du bist wichtig. Das gehört hier, das Ländle hier. Hier auch. Ja, die gehen schon recht gut drunter. Die 29er jetzt schon mal hier, ne? Allerdings, wir erinnern uns. Der dritte Boss hat ein bisschen mehr Level gehabt. So, hier haben wir nochmal zwei. Gehe weg. Die farben sich voll schlecht runter, sehe ich gerade. Das dauert voll lang. Wie viel haben wir jetzt? Noch sieben Stück. Kommt schon. Kommt schon. Sieben Stück. Ja, wir haben, den Boss-Try wollte ich auch noch machen, ne? Jetzt haben wir schon 20 Minuten verballert. Allala. Jetzt komm schon. Ich will es jetzt nicht abbrechen. Wenn nicht, baue ich das alles beim nächsten Mal. Wir machen zum Abschluss einfach einen Try und gucken, ob sich schon mal irgendwas verbessert hat. Aber wir farmen das jetzt noch zusammen. Das sind vier Stück. Die holen wir uns jetzt noch ran. Dann ballere ich mich jetzt unter die Erde. Kuschel, siehst du irgendwas? Kuschel, siehst du irgendwas? Du hast doch deinen Helmle auf. Blö. Ey, vier Stück, an dem wird es jetzt nicht liegen. Bitte. Dann kurz mal hier einmal durch den Felsen durchschrauben. Irgendwo werden doch jetzt da noch so ein paar Stück liegen. Von hier oben sehe ich aber auch nichts. Dann hopfen wir da rein. Sieht aus, als hätte ich das Loch hier gebastelt. Kann ich noch so viel aufklopfen? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist einer. Ich habe nur einen. Und wo einer ist, können auch öfters mal mehrere sein. Ja, es klemmt noch einer drunter. Welch über die Maßen großes Glück wir haben. Und da ist noch einer. Habe ich die jetzt auch eingesammelt? Ey, noch einer fehlt uns jetzt. Einer fehlt uns jetzt noch. Nur noch einmal. Nur noch einmal. Dann bin ich zufrieden. Dann gehen wir direkt zum Boss. Machen noch unser kleines Bosskämpfle. Mit ein bisschen mehr Resil, ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Leben. Da vorne ist einer. Dann haben wir den letzten hier schon mal. Muss ich natürlich noch mal los. Wir brauchen die ja noch für die anderen Geschichten. Wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, brauchen wir 18 so Staub insgesamt. Jetzt haben wir gerade mal sechs. Wir nehmen jetzt gerade mit. Dann gehen wir einmal zum Bossless. Lass uns mal kurz gucken. Ich würde sagen, wir probieren es als erstes mit erhöhtem Schaden. Das nehmen wir. Jetzt habe ich kein Heildrink dabei. Also seht mir das nach. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon ganz gut hier durchrutschen. Dann würde ich sagen, das haben wir. Dann haben wir das da. Auf geht's, komm. So, unser Abschlusskämpfle für heute. Beim nächsten Mal bin ich dann mit einem Speller am Start auf jeden Fall. Wo ist denn jetzt? Hier. Der Schattenkönig. Blödmann. Der Schattenkönig, der Blödmann. So, jetzt kann es natürlich sein, dass es lauter wird, wenn ich hier probiere auszuweichen. Das Kill-Voucher. Wenn ich ihn schon sehe, mir wird es schon ganz mulmig, wenn ich ihn nur sehe. So Krustel. Denk dran, du musst dich so hinstellen, dass du ihn siehst. Das war schon mal gut. Boah, Alter. Das wird nix. Das wird nix. Ich muss die Tasten umstellen, sehe ich gerade. Aber es war schon vom Gefühl her besser. Also das schafft man auf jeden Fall die Zeit. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe keinen Heiltring dabei. Und meine Rolltaste, die liegt immer noch so blöd, die muss ich irgendwie auf F legen. Dann kann ich besser wegrollen. Ich habe die immer noch auf Shift. Das hat man mir zwar schon mal gesagt. Voucher, leg doch die besser. Wenn ich mit Shift kann, kann ich auch mit dem kleinen Finger nicht. Deswegen rolle ich so bescheuert. Ich rolle eigentlich immer nur, wenn ich nicht rollen muss. Ja, jetzt nochmal einen Try machen ist eigentlich nur Geldverlust. Egal, ich will trotzdem sehen, wie schnell die Kristalle runtergehen. So, siehst du, wenn ich jetzt abhauen will, dann muss ich hier komplett alles umdesignen. Aber das kriegen wir hin, Leute. Und ich habe den Trank noch nicht mal genommen. Das kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge. Ich werde es mal umlegen. Beim nächsten Mal machen wir den nächsten Try. Vielleicht übe ich so ein bisschen schon mal vorher. Und schneide es aber natürlich mit, falls es klappt. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder hier wart. Haben wir heute mal auf jeden Fall die Aufwertungsgeschichten gemacht von unserem Equipment. Wir sind jetzt Level 30 und beim nächsten Mal schauen wir uns die Geschichte mal intensiver an. Bis denn.